Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Funktionsweise einer Federstromschutzeinrichtung, also einer RCD, früher als FI-Schutzschalter bezeichnet und auch heute häufig noch so genannt. Dieses Video richtet sich an Auszubildenden, Elektronikerberufen und hat nicht den Anspruch, das Thema vollständig zu erfassen. Wir sehen hier eine RCD von Hager mit einem Bemessungsstrom von 25 Ampere, auf diesen Wert gehe ich in diesem Video nicht näher ein, und einem Bemessungsdifferenzstrom IΔN von 0,03, also 30 Milliampere. Es handelt sich um eine Typ A RCD, wie sie häufig in Steckdosenstromkreisen bis 32 Ampere eingesetzt wird und auch heute eingesetzt werden muss. Und sie muss auch heute in Beleuchtungsstromkreisen eingesetzt werden. Für die Fälle, die ich in diesem Video betrachte, setze ich nun also genauso eine RCD voraus, nämlich eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom IΔN von 30 Milliampere. Wie gesagt, sie muss für Steckdosenstromkreise, die bis zu 32 Ampere abgesichert werden, heute eingesetzt werden und mittlerweile auch für Beleuchtungsstromkreise. Es handelt sich um einen Typen A, der Wechselströme und posierende Gleichfehlerströme bis 6 Milliampere schalten kann. Ich möchte hier auch auf ein Video hinweisen, in dem ich auf verschiedene Typen von RCDs eingehe. Der auf dem Bild angegebene Bemessungsstrom I N von 25 Ampere wird in einem anderen Video erläutert und wird hier nicht näher betrachtet. Als Auszubildender sollte es für Sie ein Ziel sein, den Fachbegriff Bemessungsdifferenzstrom IΔN genau einordnen zu können und auch die Bedeutung davon genau zu kennen. Sie müssen ihn unbedingt von dem sogenannten Fehlerstrom abgrenzen können. Das ist nämlich tatsächlich der Fehlerstrom, der fließt. Also zum Beispiel kann es sein, dass ein Fehlerstrom von 50 Milliampere fließt. Das ändert nichts daran, dass die RCD ein Bemessungsdifferenzstrom IΔN von 30 Milliampere hat. Sie sollten auch unbedingt gedanklich die RCD von Leitungsschutzschaltern, also zum Beispiel Typ B 16 Ampere, gedanklich scharf abtrennen können. Das ist sehr wichtig, dass Sie das bei Ihren weiteren Überlegungen in Ihrer Ausbildung bedenken. Ich werde im folgenden sechs Fälle betrachten. Zunächst eine fehlerfreie Anlage, dann eine Anlage, in der der Fehlerstrom sehr groß werden wird. Hier wird die RCD schalten müssen. Der dritte Fall ist der, dass der Fehlerstrom kleiner ist als der halbe Bemessungsdifferenzstrom IΔN, also der Fehlerstrom ist kleiner als die Hälfte des Bemessungsdifferenzstromes. Im vierten Fall liegt der Fehlerstrom zwischen dem halben Wert des Bemessungsdifferenzstromes und dem ganzen Wert des Bemessungsdifferenzstromes, in unserem Fall also zwischen 15 und 30 Milliampere. Im fünften Fall werde ich betrachten, was passiert, wenn der Fehlerstrom größer oder gleich 30 Milliampere sein wird, also den Bemessungsdifferenzstrom übersteigt. Und schließlich werde ich noch auf die Betätigung der Prüftaste eingehen. Damit also zum ersten Fall. Es handelt sich um eine fehlerfreie Anlage. Wir sehen, dass die Außenleiterströme L1, L2, L3 und auch der Neutralleiterstrom über die RCD geführt werden. Der Schutzleiter wird nicht über die RCD geführt, sondern an der RCD vorbei. Das werden wir in späteren Bildern noch sehen. Es ist nun so, dass die magnetischen Felder dieser Wechselströme sich gegenseitig aufheben, sofern die Ströme in Summe gleich groß sind. Das heißt, wenn in diese Richtung in die Anlage hinein zum Beispiel genau 15 Ampere fließen und genau 15 Ampere fließen über diesen Weg zurück aus der Anlage hinaus, so gibt es keine Differenz zwischen den in die Anlage hineinfließenden und aus der Anlage heraus fließenden Strömen. Das bedeutet auch, dass die magnetischen Felder dieser Ströme sich aufheben und in diesem Summenstromwandler somit keine magnetischen Kräfte verbleiben. Die heben sich gegenseitig auf. Dadurch wird in dieser Spule keine Spannung induziert und dieses Stromüberwachungsgerät, das in die RCD integriert ist, wird nun nicht ansprechen und die RCD nicht auslösen. Wir müssen hier natürlich davon ausgehen, dass die Kontakte geschlossen sind und da nun keine Differenz auftritt, werden die Schalter auch von der RCD nicht geöffnet, die Anlage läuft weiter. Damit zum zweiten Fall. Ich gehe hier nun davon aus, dass ein sehr großer Fehlerstrom fließt. Wie wir hier sehen, kann das dadurch passieren, dass der Außenleiter eine niederohmige Verbindung zur Erde annimmt oder aber, dass innerhalb eines Körpers ein vollkommener Körperschluss auftritt, sodass also ein Fehlerstrom auftritt, der sehr groß wird. Das können zum Beispiel 100 Ampere sein, die hier entweder direkt zur Erde oder aber über den Schutzseiter abfließen. Das bedeutet ja nun, dass die Ströme in Summe, die über die RCD in die Anlage und über die RCD wieder aus der Anlage herausfließen, nicht gleich Null sind. Der Fehlerstrom überschreitet den Wert des Bemessungsdifferenzstromes von 30 mA bei Weitem. Das führt nun dazu, dass die magnetischen Kräfte dieser Ströme sich nicht mehr gegenseitig aufheben, sodass im Summenstromwandler ein magnetisches Wechselfeld existiert, das in dieser Spule eine Spannung induziert, die daraufhin ein Strom über dieses Stromerfassungsgerät zum Fließen bringt, das wiederum dadurch die Mechanik auslöst, woraufhin der FI-Schutzschalter bzw. die RCD die Anlage komplett freischaltet. Hier ist auch klar zu erkennen, dass der Schutzseiter natürlich nicht über die RCD in die Anlage geführt wird, sondern an der RCD vorbeigeführt wird. In diesem hier geschilderten Fall löst die RCD innerhalb von 0,04 Sekunden aus, denn der Fehlerstrom ist hier sehr groß, unter der Voraussetzung natürlich, dass nicht eine andere Schutzeinrichtung z.B. eine Sicherung wesentlich schneller auslöst. Wichtig ist zu wissen, dass die RCD den Fehlerstrom nicht begrenzt. Sie schaltet zwar spätestens bei einem Fehlerstrom von 30 mA die Anlage ab, das bedeutet aber nicht, dass der Fehlerstrom innerhalb dieser 0,04 Sekunden unterhalb von 30 mA bleibt. Der Fehlerstrom kann durchaus 100 A annehmen. Und dadurch besteht in dieser Anlage nach wie vor natürlich Lebensgefahr. Generell gilt, dass auch hinter einer RCD Lebensgefahr besteht. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man hinter einer RCD absolut sicher ist. In alten Anlagen, die noch ohne RCD betrieben werden, wird dieser Fehlerfall durch die Leitungssicherung abgefangen, die dafür die sogenannte Abschaltbedingung erfüllen müssen. Darauf gehe ich aber hier nicht näher ein, verweise aber hier auf ein entsprechendes Video. Zum dritten Fall. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass die Fehlerströme, die über die Erde oder den Schutzleiter abgeleitet werden, kleiner sind als der halbe Wert des Bemessungsdifferenzstromes. In unserem Fall also kleiner als 15 mA. Die Ströme, die ich hier als Fehlerströme bezeichne, können auch Ströme sein, die durch Entstörkondensatoren entstehen. Das sind also streng genommen keine Fehlerströme. Es können auch Ableitströme sein, wie sie zum Beispiel in Warmwassergeräten entstehen. Auch das sind nicht wirklich Fehlerströme. Ich fasse aber wirkliche Fehlerströme und die beiden hier genannten Ströme in diesem Fall alle unter dem Begriff Fehlerstrom zusammen, da sie sich hinsichtlich der Abschaltung der RCD gleich verhalten. An dieser Stelle habe ich nun einen Fehlerstrom von 10 mA, also weniger als die Hälfte des Bemessungsdifferenzstromes von 30 mA, also weniger als 15 mA eingetragen. Ich meine damit aber natürlich beide Fehlerströme zusammen, die hier eventuell über die Erde oder aber über den Schutzleiter abfließen. In diesem Fall soll die RCD nicht abschalten, denn wenn in der Anlage Ströme über Entstörkondensatoren durchaus gewünscht sind oder auch Ableitströme zugelassen werden sollen, weil sie nicht zu vermeiden sind, darf die RCD gar nicht bei der geringsten Differenz auslösen und genau deshalb soll sie erst beim halben Bemessungsdifferenz Strom, sprich bei 15 mA auslösen. Das bedeutet also in diesem Fall, dass die RCD wie gewünscht nicht auslöst. Der vierte Fall. Im vierten Fall gehe ich nun davon aus, dass der Fehlerstrom, der sich wiederum aus Ableitströmen, Entstörströmen und auch tatsächlichen Fehlerströmen zusammensetzen kann, zwischen dem halben Bemessungsdifferenzstrom und dem ganzen Bemessungsdifferenzstrom liegt. In unserem Beispiel also zwischen 15 und 30 mA. Es ist nun nicht vorhersagbar, ob die RCD tatsächlich auslöst oder nicht, denn diese 20 mA liegen ja genau zwischen dem halben Bemessungsdifferenzwert, bei dem die RCD frühestens auslösen darf, und dem ganzen Bemessungsdifferenzwert, bei dem die RCD spätestens auslösen muss. Es wird also je nach Exemplarstreuung hier zu einer Auslösung kommen oder eben auch nicht. Zum fünften Fall. Es fließt ein kleiner Fehlerstrom, IF, der aber größer ist als der Bemessungsdifferenzstrom. Im Gegensatz zum ersten Fall, in dem ich einen sehr großen Fehlerstrom angenommen habe, gehe ich jetzt davon aus, dass der Fehlerstrom zwar überhalb des Bemessungsdifferenzstromes liegt, aber nicht allzu groß wird, also zum Beispiel wie hier angegeben 35 mA beträgt. Dies ist der Fall, in dem die RCD ihre Stärke wirklich ausspielt. Denn genau in diesem Fall, wenn kleine Fehlerströme über die Erde oder den Schutzleiter abfließen, gibt es in der Anlage kleinere oder größere Isolationsfehler, die dazu führen, dass es gefährliche Spannungen gegenüber Erde gibt, sodass Menschen gefährdet werden. Genau in diesem Fall schaltet aber die RCD die Anlage schon ab, denn die Differenz, die hier im Summenstromwandler ermittelt wird, beträgt ja mehr als 30 mA, sodass wir von einer sicheren Abschaltung ausgehen dürfen. Keine Leitungssicherung ist in der Lage, einen solchen kleinen Fehlerstrom zu orten und daraufhin die Anlage abzuschalten. Denn eine zum Beispiel in dem Außenleiter L1 angebrachte Leitungssicherung Typ B 16A soll natürlich nicht bei einem Strom von 35 mA auslösen. Sie kann natürlich nicht feststellen, ob der Strom nun regulär durch die Anlage fließt oder über einen falschen Weg abfließt. Das heißt, die Leitungssicherungen würden für diesen Fall überhaupt nicht reagieren können, während die RCD die jetzt fehlerhafte Anlage schon frühzeitig zur Abschaltung bringt. Typischerweise treten solche Fehler zum Beispiel in Spülmaschinen auf, wo dann Isolierungen defekt sind und aufgrund des Wassers in der Spülmaschine kleinere Fehlerströme abfließen und somit die Menschen gefährden. In Anlagen ohne RCD stellt man an Spülmaschinen tatsächlich häufig eine Spannung gegenüber Erde fest, die durchaus lebensgefährlich werden kann. Die RCD löst also aus. Hier liegt die Stärke der RCD, wie bereits gesagt. Die vorgeschalteten Sicherungen können nämlich nicht abschalten. Würden nur Sicherungen eingesetzt, so bliebe der Fehler lange bestehen und wenn der Mensch dann die spannungsführenden Teile berührt, besteht Lebensgefahr. Genau dies wird aber durch die RCD vermieden, sofern beim Auftreten des Fehlers der Mensch nicht gerade schon mit den leitfähigen Teilen der Anlage in Berührung ist. Sollte aber der Fehlerstrom über den Menschen fließen, besteht weiterhin Lebensgefahr. Zum letzten in diesem Video betrachteten Fall. Ich gehe von einer fehlerfreien Anlage aus. Die RCD läuft vor sich hin. Es gibt keine Fehlerströme. In Haushalten muss nun alle sechs Monate in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, also sprich des Hausbesitzers, die Prüftaste betätigt werden. Das geschieht zwar in vielen Fällen nicht, ist allerdings Pflicht. Durch das Betätigen der Prüftaste wird ein Fehlerstrom, der etwas größer ist als 30 mA, simuliert. Beim Betätigen der Prüftaste wird ein Strom innerhalb der RCD um den Summenstromwandler herum gelenkt zum Neutralleiter, sodass also eine Differenz im Summenstromwandler entsteht und die RCD zur Auslösung bringen muss. Wenn die RCD dabei auslöst, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass die RCD noch funktionsfähig ist. Löst sie nicht aus, so kann das aber auch daran liegen, dass z.B. in diesem Fall auf L3 keine Spannung vorhanden ist. Das muss natürlich geprüft werden, denn wenn auf diesem Außenleiter keine Spannung vorhanden ist, kann natürlich durch Betätigen der Prüftaste die RCD in gar keinem Fall auslösen. Sollte sie nun wirklich ausgelöst haben, so kann ich wie bereits gesagt sicher davon ausgehen, dass die RCD funktionsfähig ist. Das Auslösen der RCD beim Betätigen der Prüftaste lässt aber keine Rückschlüsse darauf zu, dass die Anlage fehlerfrei installiert wurde. In der Praxis vermeiden erfahrene Praktiker häufig das Betätigen der Prüftaste, wenn sie es nicht unbedingt tun müssen. Denn RCDs werden sehr häufig über einen sehr langen Zeitraum nicht geschaltet, also weder über die Prüftaste noch über den eigentlichen Schalter, mit dem man die RCD ja nun auch abschalten kann. Das führt dann häufig dazu, dass nach 20 oder 30 Jahren Betriebszeit beim ersten Auslösen der RCD die ganze Mechanik in der RCD auseinanderfällt und das Gerät damit defekt ist. Daher meiden manche Praktiker das Betätigen der Prüftaste in solchen Stromkreisen, mit denen sie nicht unmittelbar etwas zu tun haben. Es ist aber hier klar darauf hinzuweisen, dass natürlich die Funktion der RCD in solchen Stromkreisen überprüft werden muss, in denen eine Elektrofachkraft tätig war. Da kommt man also nicht daran vorbei, die Prüftaste zu betätigen. Sollte die RCD dabei zerstört werden, so muss sie schlicht und einfach ausgewechselt und gegen eine neue getauscht werden. Das ist ja installationstechnisch kein allzu großer Aufwand. Ja, das waren die Fälle, die ich in diesem Video betrachten möchte. Ich hoffe, Sie konnten einiges daraus lernen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.